Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Rocket League. Ja, hier, der Absturz-Zock-Let's Play. Wir zocken weiter Wettkampf-Modus. Ich hatte gerade irgendwas mit Bronze. Kann das sein, dass ich Bronze hatte? Ich hatte Bronze, ne? Wir spielen auf jeden Fall weiter Wettkampf-Modus. Wir haben weiterhin den Fennec am Start und der Beitritt läuft. Und mein Name ist Rob und das ist Absturz-Zock-Let's Play. Und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Rocket League. Diesen wunderbaren Free-to-Play-Spiel von Epic. Auto-Fußball, Raketen-Fußball und wir spielen zusammen mit Sayers Cold Water. Und einer fehlt da noch bei uns. Da ist Daddy Cool. Also Sayers und Daddy Cool und gegen irgendwas mit Ninja hier. Spielen wir hier. Oder Ninja? Oh nein, ey. Boah, da hat Daddy Cool aufgepasst hier. So, guck mal, hau ich den rein? Ne, hau ich nicht. Boah, der hat schön gemacht. Mit Rückmärtssalto hier. Aber jetzt muss ich mal ganz schnell zurück. Das Sayers ist schon mit am Start. Fliegt jetzt hoch. Driften auch. Sehr schön. Sehr cool auch dort an der Bande. Aber, naja. Ist nichts Ganzes, nichts Halbes hier. So, jetzt kommt hier der Schuss. So. Ach, kommt keiner mehr hier. Ich wollte ihn vom Torwart noch weckrauen hier. So, den konnte ich gerade so noch blocken. Aber da kommt... Ach, oh mein Gott. Ach, da hat's geklingelt. Da hat's geklingelt hier. Dann direkt der Gegner angefahren. Und da kommt die Wolke, die böse Wolke hier. Hahaha. Also noch vier Minuten zu spielen. Alles gut. So. Holen dir, Daddy. Ah, schade. Nein. Sehr schön. Sehr schön. Holen wir. Oh, nein. Oh, nein. Sayers. Jawohl. Sehr schön. Bin da. Nein. Oh, ach, das war gut gemacht. Was für ein Nähkack. Was für Nähkack hier. Daddy cool. Ah, Mann. Ist das ärgerlich. Aber es ist noch nichts verloren hier. Das haben wir schon sehr oft gesehen bei Rocket League. Dass hier nichts verloren ist. Solange die Zeit nicht abgelaufen ist. Kann hier alles passieren. Schön von der Bande geholt hier. Ah, da kommt schon wieder der Schuss hier. In unsere Richtung. Boah, Daddy. Hab ich. Und mach was, Daddy. Sehr gut. Gelupft. Oh, nein. So, den hole ich mir hier. Hust eingesackt. Daddy cool, bringt mir eine Mitte. Ah, wieder geblockt, eh. Boah, Jungs. Nichts da. So, wer kommt hier? Ninja kommt angeflogen. Aber trifft nicht. Na, jetzt muss ich aufpassen. Boah, jetzt kommt er bei hier. Haben die den? Haben sie. Sehr schön auf der anderen Seite gespielt. Da kommt der Schuss. Von Seas hier. Hey, ich lache das Ding hier. Daddy cool hat aufgepasst. Oh nein, ich verfehle das Ding nur. Sehr gut. Ich komme immer auf die Sorry-Taste hier. Oh nein, Seas. Daddy cool war das? Nichts da. Komm, mach was. Ah, nein, Mann, ey. Ich habe immer aufs Tor, aber ich treffe nie. Daddy cool fliegt da ganz oben vorbei. War aber nicht zu cool hier. Okay, wäre ich auch dran gekommen. Ah, ganz kurz hier drehen die Bude. Daddy steht schon hinten. So, jetzt aber. Freunde der Sonne hier. Komm, ich muss mal hier einen Erntreiber hier kassieren. Oder machen. Also gesagt, kassieren brauchen wir nichts mehr. Wir legen schon 2-0 hinten. Oh, Daddy hier. Links raus gespielt. Oh nein, was für eine Vorlage. So. Steige ich mal ganz hoch hier. Hol'n dir Slayer. Oh, jetzt hat es geraucht hier. Oh, muss ich aufpassen? Lass doch. Oh, der wird da. Ich treffe mich, ey. War ich gerade konzentriert, ey. So, war ich ganz schnell im Eck hier. Und wieder rüber hier. Hallo mein Freund. Gut gemacht. Nichts da. Sehr gut. Aufgepasst hier hinten. Bombs. Seas war das? Ich glaube, das Ding ist durch. Ah. Da kommt noch einer hier am Nachsetzen. Nein, der geht nach hinten. Wow. Trifft denn noch mal einer hier? Ja, der die cool trifft noch mal. Ach, schade. Aber GG. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Da können wir eigentlich ruhig noch eine zweite Runde ranhängen hier, oder? Freunde, was sagt ihr? Keine Verlängerung. Nur zwei Tore. Da machen wir noch eins. Immerhin habt ihr gesehen. 326 Punkte haben wir uns geholt hier. Bei Rocket League hier am Mittwoch. Abschied sagt, let's play. Aber wie gesagt, schön, dass ihr da seid, ne? Muss mich immer wieder bedanken bei euch. So viel Lob kann man gar nicht an euch ausschütten. Ihr gebt mir einfach einen Daumen hoch und ich überschütte euch mit Blumen, wenn ich es könnte. So. Okay, es geht los. Gott Anubis und Anfuhlin spielen zusammen mit uns. Gegen. Da hinten steht es irgendwie. Diffbox und Gott Anubis. Acht, du Schander. Boah. Hat Gott Anubis aufgepasst hier. Lass doch. da hat er nicht gelassen jetzt hätte ich mein to gemacht hier ab nach vorne mit oh mein gott das war aufpassen hier kommt ja hier gefahren so hat wieder ab nach vorne mit was für ein kracher da von gott anubes da hat es richtig gekesselt da drüben und da geht aber vorbei hier so ich muss mir ganz kurz hier jungs wird dir bringen was war da los was war da los hier wurde ich hier gerannt oh mann oh mann oh mann oh mann oh mann okay auf geht's so ich muss doch nur noch einer hier holen leute wo ist der rest hier wo sind meine leute hier die mitspieler kommt hier noch einer mit ne kommt er nicht so sehr schön an folgen hier ne ach alter das war so ein ding jetzt hätte ich machen können sehr schön komm an polin mach was oh nein mist 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 ach man ey das ist ein hick hier ey so ein hick oder hat es nochmal geknallt wo spielst du denn hin gott anubes da bin ja auch man geht das wieder los willst du denn hin gott anubes spielst du wieder gegen uns hier nein 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 ach man ey das ist so ärgerlich wenn dann einer hier denkt kann hier gegen uns spielen hier hier vier gegen zwei hier das ist dann der nachteil bei rocket league ne ja er fragt hier schon warum die dragons so was passiert hier sehr gut an polin hier jetzt muss ich hier mit an polin zusammen spielen schönes ding so jetzt spielt aber der gegner gegen gott anubes 2 gegen 4 hier na da schreibt schon gott anubes und der steht auch noch hinten wenn man spiel schade schade oh nein ich freue mich bei auch bei stuf an folgen was los 1 gegen 4 da habe ich aber auch das glück gepachtet hier solchen leuten also gesagt wenn du gott anubes in der gruppe bleibt verlassen was ich verlasse von nie das spiel 8 werde ich hier weg gerammt an polin fährt wieder mit oder sehr gut gemacht an polin komm schon ja sehr schön sehr schön sehr schön mich zwei vorlagen und hier sagt gott anubes tatsächlich wieder für uns mit gespielt so na dann los jetzt muss auch mal einer dazwischen hier ich werde hier von meinem eigenen ins tor geschoben an polin jetzt hier oh man, oh man, oh man, oh man, ich muss ganz schön zurück ach, schade schade schade, 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 schade ach, das war ein komisches spiel das war ja mal ein richtig komisches spiel mit solchen leuten die konzentrieren sich mehr aufs schreiben als aufs spielen und das kann ich euch gar nicht sagen wie es mir gerade kalt den rücken runter jodelt hier aber wir haben durchs level wir haben durchs level wir öffnen noch einen drop ja und spezialräder spinner ach, gut, ok, mach mal ran so, was haben wir denn noch erreicht das hier haben wir noch gekriegt öh, premium pass ach so, gut, bin ich blöd jetzt habe zwei hier hier unten ein level hoch und dann haben wir aber noch was nämlich das hier heute zwei erfahrungsstufen haben wir auch noch gekriegt und damit brauchen wir nur noch trifft den ball 100 mal in online spielen und das machen wir in der nächsten folge also dran geblieben reicher und liebe grüße euer Rob ja macht's gut und